So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das nur eine kleine Infofolge, beziehungsweise wieder mal ein Trick. Aber nicht so ein Bisa-Fan-TV-Trick, sondern so ein Ramses-Trick, ne? Heute Abend ist nämlich die Spotlight-Stunde und in der letzten Spotlight-Stunde habe ich im Chat öfters gelesen, warum machst du nicht den Fang-Trick? Mit dem Fang-Trick fängt man natürlich viel schneller, effektiver, kann diese Spotlight-Stunde besser ausnutzen. Aber ich denke mal, viele werden den Fang-Trick gar nicht kennen, beziehungsweise dachte man, der geht gar nicht mehr, jetzt geht er wieder doch irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Deswegen mal ein kleines Update. Der Fang-Trick, also der Schnell-Fang-Trick 2020, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das garantiert euch natürlich nicht das 100%ige Fangen des Pokémons. Aber ihr überspringt einfach schön die ganzen Animationen, spart dadurch Unmengen Zeit und gerade an Sea-Days oder so, wo es auch um Shinies geht, könnt ihr trotzdem fangen und die weg, also von der Karte wegnehmen, um zu sehen, welches habt ihr noch nicht angetippt. Denn bevor ihr reingeht, tippt das an und geht zurück, könnt ihr auch einfach den Schnell-Fang-Trick machen. Wir nehmen jetzt mal das Griffel. Das nervt nämlich gerade am meisten, weil es gerade als letztes angetippt ist. Ihr seht, normalerweise nimmt man sich ja einen Ball, man curft ein bisschen, man wirft drauf, dann wird das in den Ball eingesaugt. Dann dreht sich der Ball, eins, zwei, dann kommt es, wenn man Pech hat, sogar noch raus. Dann wirft man halt nochmal, trifft in den Kreis, wirft großartig, hofft jetzt durch den besseren Wurf, dass es drinnen bleibt. Aber es dauert alles. Dann kommt diese Blink-Animation, klasse, Griffel wurde gefangen, euch werden die Punkte hier gezeigt, ihr müsst auf OK drücken, ihr seht das Pokémon. Und dann kommt ihr wieder zurück in den Bildschirm, wo ihr weiterfangen könnt. Das dauert alles natürlich ziemlich lange. Jetzt nehmen wir mal ein Raupi und beim Raupi machen wir einfach mal den Schnellfang-Trick. Und ihr seht, wir sind zurück. Und das Raupi ist weg. Das Raupi wurde gefangen, ihr könnt es auch hier im Beutel sehen. Hier ist das Griffel, was wir gefangen haben und direkt danach kam das Raupi. Und ihr habt gesehen, das hat zwei Sekunden gedauert, drei Sekunden, keine Ahnung. Wir probieren es nochmal beim Pidiza. Das Pidiza sitzt hier. Ihr macht den Schnellfang-Trick. Wir gucken mal in dem Beutel, ob es da ist. Das Pidiza wurde gefangen. Einfach so. Und ihr spart dadurch so eine Menge Zeit, wenn ihr den Schnellfang-Trick nutzt. Wie funktioniert der Schnellfang-Trick aber? Er sitzt jetzt immer noch auf der Karte, weil es gerade die ganzen Animationen durchgeht. Das verschwindet dann auch von alleine. Wenn ihr drauf drückt, steht natürlich eine Fehlermeldung da, weil es ist nicht mehr da. Ihr könnt es nicht mehr andrücken. Wir haben hier zwei Lithomyf. Vielleicht ist ja ein Shiny dabei. Wir zeigen das mal am Lithomyf. Ihr müsst normalerweise. Ihr könnt das entweder links über die Bären machen oder ihr könnt das rechts über die Bälle machen. Ich, in meinem Beispiel, habe das Handy in der rechten Hand, gehe rechts auf die Bälle und ziehe die einfach nach links rüber. Ihr seht, die Bälle bewegen sich unten. Normalerweise, wenn ich jetzt loslasse, wenn ich so mache und lasse los, gehen die Bälle auf. Wir wollen aber nicht, dass die aufgehen. Deswegen lassen wir sie gedrückt, aber ziehen sie zum Bildschirmrand. Und während ihr das so festhaltet, dass ihr den Ball nach innen zieht, könnt ihr mit dem anderen Finger den Ball in der Mitte natürlich curven. Wenn ihr gecurved habt, lasst ihr los, dann gehen die Bälle auf und dann könnt ihr oben auf Flüchten gehen. Und ihr seht, das Lithomyf ist weg. Und ihr seht, das Lithomyf ist gefangen. Sobald die Bälle also aufgehen und der Ball auf dem Pokémon landet, müsst ihr aber noch auf den Bildschirm drücken in irgendein freies Feld, dass die Bälle wieder weggehen und ihr dieses Fluchtsymbol oben seht. Das klingt komisch, aber wenn ihr das selbst mal ausprobiert habt, ist das ganz einfach. Ihr könnt das natürlich auch so machen, ihr nehmt die Bären, ihr zieht die Bären nach rechts, so habt ihr den Daumen hier drüben, curft dann mit dem anderen so, ne? Dann, dann sehe ich, wenn ich so curve, dass ich immer so an meinen Daumen stoße. Deswegen nehme ich nie die Bären, deswegen nehme ich eigentlich den, Ich nehme eigentlich den Ball hier drüben, ziehe den dann rüber Richtung Bären und habe mit der anderen Hand frei, den nach rechts zu curven. Wir curven den also und sobald er trifft, lassen wir los, drücken auf den Bildschirm und flüchten oben. Und ihr seht, das Lithomyf ist auch weg. Es wurde gefangen. Wir können mal kurz versuchen, noch die 2G-Beier so flüssig wegzufangen. Wie gesagt, das garantiert euch keine 100% Fangchance. So, wir nehmen hier unten das noch. Ich glaube, da ist sogar noch ein drittes, oder? Wenn ihr mal was richtig Fettes habt, könnt ihr natürlich auch erst einen anderen Ball auswählen. Das geht natürlich auch, wenn ihr jetzt hier den Ball nehmt und zieht das rüber, springt da drauf und geht auf zurück. Und jetzt seht ihr alle 3 G-Beier, sind sie ja mittlerweile, sind ja keine Lithomyf mehr, alle 3 G-Beier sind weg, alle 3 G-Beier. 2. Gut, 2. 1 ist wohl geflüchtet, ist aber nicht so schlimm, weil wenn ihr an einem C-Day da lauter Pokémon sitzen habt, lauter C-Day-Pokémon, und ihr vielleicht irgendwann sagt, boah, ich will doch eigentlich nur Shinies und bevor ihr da flüchtet, könnt ihr auch einfach den Schnellfangtrick nutzen und damit flüchten. Dann habt ihr vielleicht das Pokémon sogar noch mitgenommen, nehmen die Boni mit und kommt flüssig durch. Das ist fast schon wie Go+, nur per Hand, als Schnellfangtrick und hat aber eine höhere Fangchance, weil es ist ja nicht 50-50, meine Meinung nach, sondern es zählt ja trotzdem euren Ball, den ihr trefft, es zählt den Ball, den ihr auswählt. Bei Go+, ihr wisst, nimmts immer nur den normalen Pokéball und trifft in die Mitte ohne Bonus, ohne irgendwas. Hier zählt es ja trotzdem, wenn ihr einen Hyperball nutzt, hier zählt es ja trotzdem, wenn ihr großartig trefft. Nur, dass ihr dann flüchtet und es eben diesen einen Versuch zählt und entweder ist es dann drin oder es ist nicht drin. Gerade bei den Community Days haben selbst Starter-Pokémon eigentlich eine höhere Fangrate, dass die Kreise nicht richtig fett rot sind, sondern eher orange oder hellgrün. Und so könnt ihr eigentlich am Sea-Day sowas gut nutzen. Können auch hier den Feldforschungsdurchbruch nochmal abholen. Da gab es sogar einen Einallstein. So, Begegnung beginnen. Wir haben einen Knackleon. Beim Knackleon hier nehmen wir natürlich mal die Bonbons mit. Wir nehmen uns mal einen fetten Ball, aber wir machen auch hier diesen Schnellfang-Trick. Curven, loslassen, auf den Bildschirm tippen und auf Flüchten. Und dann müsste im besten Fall das Knackleon im Beutel sein. Wir können es auch mal bewerten. Okay. 13, 15, 13 ist trotzdem schlecht. Wir machen mal kurz hier das noch leer, weil es gerade so viel Spaß macht. Was wir hier noch drin haben, einen Sonnenfell. Hier seht ihr oranger Kreis. Wir können es trotzdem mal probieren, wenn wir mit dem normalen Pokeball werfen. Zack. Jetzt hat sogar der Buddy mitgemacht, seinen Kopfball und hat auf das Sonnenfell draufgeschossen. Und selbst das Sonnenfell haben wir gefangen. Ihr könnt die ganzen Animationen überspringen mit dem Schnellfang-Trick. Wer den also noch nicht kannte, der kennt ihn vielleicht jetzt und kann den vielleicht ausnutzen oder benutzen. Das ist auch nichts Schlimmes. Es ist ja im Spiel... Ihr nutzt die Spielfunktionen sozusagen aus. Ihr cheatet ja in dem Sinne nicht. Ihr macht ja nichts Verbotenes. Das ist aber auf jeden Fall eine coole Sache. Wer das eben noch nicht kannte, probiert das wirklich mal aus. Wenn ihr das hingekriegt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Oder wenn ihr den Schnellfang-Trick schon gekannt habt, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr den auch nutzt und wann ihr den vor allem nutzt. Schreibt es mal alles... Oh, Eneko, den nehmen wir noch mit. Hätte ja scheinlich sein können. Wir machen es jetzt mal anders. Wir ziehen jetzt hier die Bäre rüber und curven den Ball. Lassen los und gehen auch zurück. Und es hat gezählt. Wir haben es sogar für die Aufgabe dazu gezählt. Und Eneko ist auch gefangen. Es sitzt zwar noch hier, jetzt geht es aber weg. Ihr seht, der Schnellfang-Trick 2020, er funktioniert immer noch. Es erleichtert euch das wirklich, wenn ihr unterwegs seid und da sitzt haufenweise Zeug rum. In der Zeit, wo ich jetzt hier zehn Pokémon gefangen habe, habe ich vielleicht sonst zwei gefangen. Und das ist einfach eine deutliche Besserung. Das war es aber von meiner Seite aus. Ihr kriegt nachher noch das Gewinnspiel-Video für den Account vom Taupsy2go. Und heute Abend ist ja auch die Spotlight-Stunde. Das sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder. Und da werde ich den Schnellfang-Trick sicherlich öfters mal anwenden, wenn dann wieder so viel rumsitzt. Deswegen wollte ich den jetzt extra erklären, bevor die nächste Spotlight-Stunde ist und die Leute sich dann fragen, was macht der denn da? Verstehe ich nicht. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.